Seit vielen tausend Jahren muss die Fackel an ein Drittsemester übergeben werden. Bisher sind viele an ihren Aufgaben gescheitert. Grund dafür Versagen, fehlende Konditionen, Grobbothorik Doch jetzt soll er die Menschheit retten. Binutius aus Hallus. Erfülle deine Aufgabe und ich werde dich nicht bestrafen. Persönlich davon, dass der Olympische Fackel auf die Rückführung der Olympischen Fackel wieder nach Athen durch Halle stattfinden soll. Ja gut, es ist ein großes Ereignis, was wir hier haben. Es ist ja schon Jahrhunderte nicht mehr so gewesen und wir freuen uns sehr, dass hier die Fackel wieder durchläuft. Nicht wahr? Ja. 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 Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Vielen Dank.